Hey Grace Family Church und Life Church, hallo zusammen. Wow, wir schliessen die Woche ab mit der Krönung. 100 fältige Frucht. 100. Was bedeutet die Zahl 100 in der hebräischen Gematria? Weil wir gehen ja vom Gleichnis des Sämans aus. Und zwar bei diesem guten Boden, das gute Erdreich. Dort wird der Same nicht vergeblich gesät, sondern er bringt Frucht. 30fach, 60fach und 100 fältig. Markus 4 und Vers 20. Wir haben gesehen, dass 30-fache Frucht, das bedeutet, man ist herrschend im Leben. Denn in dem hebräischen Gematria bedeutet 30 Regentschaft, Herrschaft. Und das ist genau das, was Römer 5, Vers 17 sagt. Wir werden beginnen durch Gnade zu herrschen, wegen dem Überfluss der Gnade im Leben, durch die eine Person, Jesus Christus. 60 bedeutet in der hebräischen Gematria, Support und Dienst. 60 bedeutet Dienstbar sein. Ein Bild vom Opferdienst von Jesus. Und deswegen Menschen, die dienstbar sind mit Gnade, durch Gnade, in der Gnade, die versorgen jetzt andere mit ihrem Ministry, mit ihrem Dienst. Und das kann auch Finanzen sein. Wenn wir versorgend werden und anderen Menschen Supply geben können, anderen Menschen Versorgung herantragen können, dann haben wir 60-fältige Frucht hervorgebracht. Und jetzt schauen wir uns 100-fältig an. Denn der Herr möchte, dass wir von einem zum anderen gehen. Von einer Herrlichkeit zur anderen, denn das Wachstum Gottes wächst. Wer 30-fältige Frucht bringt, kann weiter wachsen, denn das Wachstum Gottes wächst. Er kann 60-fältige Frucht bringen. Und wer 60-fältige Frucht bringt, kann weiter wachsen, denn das Wachstum Gottes wächst. Zur 100-fältigen Frucht. 100 bedeutet Fülle. Das ist die Fülle, denn die Gematria ist oftmals auch, funktioniert, indem man Zahlen teilt. 2 mal 50. 50 ist ja große Gnade, ein Bild von großer Gnade. Pentecost, also Pfingsten, bedeutet 50. Das ist ein Bild vom Heiligen Geist. Und 2 mal 50 gibt 100. So kann man die Gematria auch oftmals eben betrachten. Big Grace, Big Time Grace. Also 100 ist die Zahl der Big Time Grace. Doppelte Big Time Grace. Das ist die Zahl der Fülle. Aus Big Time Grace mal 2 entsteht Fulness. Fülle. Und diese Fülle, diese widerspiegelt sich in dem, in dem Menschen gelernt haben zu warten. Fülle kommt über eine Zeit. Fulness entsteht nicht von heute auf morgen. Fülle kommt dann, wenn Menschen es gelernt haben, zu warten, geduldig zu sein und auf die Verheißung zu warten. Abraham ist das Paradebeispiel. Er und Sarah, sie warteten 25 Jahre lang auf die Verheißung. 25 Jahre lang dauerte es, bis Isaac geboren wurde. Und deswegen ist die Zahl 100 die Zahl der Fülle. Und vor allem warten bringt große Gnade. Das ist, was diese Zahl uns zum Ausdruck bringt. Wartezeit ist nie verlorene Zeit in deinem Leben. Wartezeit ist nie vergebene Zeit in deinem Leben. Wartezeit bringt großen Segen. Warten bringt großen Segen. Große Champions wie Isaac werden geboren, wenn wir gelernt haben zu warten und im Warten zu erwarten. Die großen Verheißungen Gottes, die kommen in der Zukunft. Und auf die warten wir erwartend. Auf diese warten wir erwartend. Also warten bringt große Gnade. Und diese große Gnade drückt sich eben auch durch diese Zahl 100 aus. Nur so kommt man zur Fülle. Learn to wait in life. Das ist der Schlüssel. Wartende bringen die große Frucht. Wartende sind diejenigen, die am Lebensende die hundertfältige Frucht reingebracht haben. Stell dir vor, eine Person, die mit 20 zum Glauben gekommen ist und ein Leben lang dem Herrn treu geblieben ist. Ein Leben lang dem Herrn gehorsam war, glaubensgehorsam natürlich. Dem Herrn treu geblieben ist und bis ins hohe Alter, bis 80, 90, 95 Jahre, einfach 80 Jahre lang dem Herrn, 90 Jahre lang dem Herrn treu geblieben ist. Und dann zum Herrn nach Hause gegangen ist und zum Herrn gegangen ist. Wow, was für eine Frucht. Was für eine große Frucht. Was für eine Frucht. Vor allem ältere Menschen bringen große Frucht. Menschen, die treu blieben. Menschen, die den Herrn liebten bis zum Lebensende, weil sie wussten, dass sie zuerst geliebt sind. Wow, das ist die große Frucht. Das ist die hundertfältige Frucht. Aber auch in unseren Lebensabschnitten und in unseren Lebensphasen, die wir erleben. Lerne zu warten. Lerne einfach Geduld zu haben. Schieß nicht in Dinge rein oder zu voreilig oder dass du einfach Dinge zu schnell machst und Hauruckübungen. Lerne zu warten. Lerne auf die Verheißung zu warten. Lerne zu warten auf deine Partnerschaft. Lerne zu warten auf deinen zukünftigen Mann, auf deine zukünftige Frau. Lerne zu warten auf Kinder. Lerne zu warten auf den Segen der Kinder. Denn das wird große Frucht bringen. Wir müssen alle lernen, etwas mehr Geduld zu haben im Leben. Denn wenn wir mehr Geduld haben, geht weniger schief in unserem Leben. Auch schon herausgefunden, hätten wir doch etwas noch ein paar Tage oder ein paar Wochen oder Monate länger gewartet, dann wäre all das nicht passiert. Well, anyway, der Herr ist trotzdem gnädig und gütig und hilft uns auch aus Dingen heraus. Immer wieder rettet er uns jeden Tag. Aber für das nächste Mal, wo wir eben gelernt haben, eben etwas mehr vielleicht auch geduldig zu sein und zu warten. Eine letzte Stelle, die ich dir hier lesen möchte. Die Andacht geht vermutlich zwei, drei Minuten länger heute. Aber diese Stelle ist so cool. Denn es heisst hier im Jakobus 5, Vers 7 und 8, So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis, bis wann? Bis ich 50 bin? Bis ich 35 geworden bin? Nein, bis zur Wiederkunft des Herrn. So lange sollen wir warten. Und dann, wenn wir so lange gewartet haben, erwartet haben, die Wiederkunft des Herrn, die Entrückung erwartet haben, dann bringen Menschen hundertfältige Frucht. Wow, Halleluja. Und oftmals sind das eben auch jetzt gerade jetzt in der Gegenwart, halt die älteren Menschen, die gewartet haben. Aber wir Jungen, wir haben die Möglichkeit, wow, die Entrückung, die Wiederkunft des Herrn zu erwarten. Und wenn wir bis dahin ausharren, dann bringen wir hundertfältige Frucht. Denn es heisst weiter, Siehe, der Landmann, also der Bauer, der Landmann, er tut was? Er wartet. Er wartet. Auf was wartet er? Und jetzt wird es spannend. Er wartet auf die köstliche Frucht. Auf die köstliche Frucht der Erde wartet er. Wer bringt Frucht? Wer bringt hundertfältige Frucht? Der, der wartet. Der Landmann wartet auf die Frucht. Der Wartende bringt hundertfältige Frucht. Wow, Halleluja. Und er geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Regen ist ein Bild von Gottes Wort. Im 5. Mose 32, Vers 1 und 2 heisst es, dass die Leere das Wort auf uns regnet. Dass es wie Regenschauer ist. Und genau das müssen wir eben auch so anschauen. Gottes Wort, wenn wir es hören, bedeutet, es regnet auf unseren Lebensboden. Mit anderen Worten, wenn wir immer wieder unter Gottes Wort kommen und wir hören immer wieder die Botschaft der Gnade, dann regnet es auf den Lebensboden von unserem Leben. Wir werden bewässert, wir werden befruchtet. Denn wenn es nie regnen würde, würde keine Frucht entstehen. Dann würde dein Boden austrocknen. Und deswegen diese vierte Kategorie von Markus 4, vom Gleichnis des Semans, dieser fruchtbare Boden, der hört eben nicht im griechischen Aorist, also einmalig, sondern diese hören im Präsenz. Und diese Form bedeutet andauernd, wiederholend, immer wieder repeatend. Sie hören, hören und sie hören immer wieder. Das sind die zwei Formen in der griechischen Sprache. Entweder Aorist und alle anderen drei Böden vorher, die keine Frucht brachten, die hören in der Aorist-Form. Einmalig, fünf Minuten Gnade. Und das bringt halt nichts. Aber diejenigen, die fruchtbar sind, die hören im Präsenz immer und immer wieder. Halleluja. Das heisst, sie lassen sich beregnen, sozusagen, früh und spät Regen. Denn Regen ist ein Bild der Leere. Und das Menschen, du kannst es selber nachlesen, 5. Mose 32, 1 und 2, ein Bild von Leere, wo es heisst eben, dass Gottes Wort ist wie Regenschauer. Gottes Leere, die Leere der Gnade, ist wie Regenschauer für deinen fruchtbaren, guten Boden. Und dann bringt er Frucht, wenn er immer wieder eben Wasser, mit Wasser getränkt wird. Vers 8. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wartet, wartet, wartet geduldig, wartet und stärkt eure Herzen. Wie lange sollen wir warten? Bis der Herr wiederkommt. That's it. Guys, es wird nicht besser. That's it. Das ist das Wunderbare, das ist das Coole. Wir warten, bis der Herr wiederkommt und dann in dieser Erwartung bringen wir hundertfältige Frucht. Wow, that's it. That's it. That's it. Wir haben herausgefunden, was für eine grossartige Offenbarung, was für ein grossartiger Segen uns doch der Herr gibt. Das Wartende, das sind Menschen, die hundertfältige Frucht bringen. Amen und Amen. Also, let's go from 30-fold zum 60-fach und down to 100-fold. Let's go all together. Von einem zum anderen zum höchsten Preis.